Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Malgear, Solid 2, Sons of Liberty. Das letzte Mal haben wir Snake kennengelernt oder wer auch immer das sein mag da. Und mir ist noch ein lustiges E-Sec aufgefallen. Ich weiß nicht genau, ob ich es gezeigt habe oder ob das Abseitsaufnahmen war, aber wenn wir jetzt mal bei ihm hier die Waffe zücken... Dann dreht er einfach komplett... LOL! Ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Ich wollte eigentlich sanft loslassen, hat leider gerade nicht funktioniert. Hm, naja. Ist jedenfalls ganz lustig. So, dann hole ich mir... Munition und... Oh, hier ist auch ein... Ein, ein, ein hier, ne? Ich habe gerade... Node, genau. Gerade den Namen vergessen. Ich habe die Dinge aber noch nicht so ganz verstanden, was das eigentlich soll. Wahrscheinlich downloade ich da einfach... Ach, die Karte! Ach so, natürlich. Das hat er auch gesagt, die Radar am Anfang, ne? Ach, ich bin ein Arschloch. Naja. Das haben wir auch schon von, ähm... Vamp erfahren. Ja, ein ganz schön... What? Ach so. Da haben wir noch gegräuscht. Ein ganz schön kranker Typ, wenn ich das, äh... Mal so nennen darf. Aber dann macht ihr nichts. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ganz, äh... Vorsichtig. Und werden wieder Türen öffnen, so wie... Willst du mich verarschen? So wie sich das gehört? Mein Gott. Ich bin ja gespannt, ob sich die, äh... Entwickler hier selbst verewigt haben, durch diese ganzen Bilder. Oh mein Gott! Machen wir es halt so, ne? Gut, äh, nö, 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 nö. Quietsch, quietsch, gar nicht laut zum Glück. Ich hätte halt gerne mal so eine scheiß Schlüsselkarte, ne? Wir müssen mal irgendwie, irgendwo, irgendwann weiterkommen. Hier bin ich jetzt einfach wieder hier, ne? Ja. Okay. Äh, äh, äh. Von hier kam ich. Okay, muss ich nochmal kurz hier nachvollziehen, ne? Ich finde ja nach wie vor das Blut. Okay, hier ist vielleicht nicht so. Ja, aber dann kam sich das eigentlich relativ realistisch aus, ne? Ich bin mal gespannt, ob es nur durch die HD-Version so jetzt ist, oder ob das, äh, auch schon Morinaita-Lauter. Nö, okay. Jetzt geht's ab, oder wat? What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Queen. Don't let them take the President! Ready grenades! A dud! Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? No, no, no! I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. 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 Colonel, Seal Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the Seals drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C-4s of the Terrace wired over the Big Shell. The President can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to Simulation 2? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too. It's... it's like... it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose? I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. I can't get up my mind. Shall one. Shall one. Ach so, that's here quasi Shell-Unbergang. Oder, warte mal. Da hinten hab ich, glaub ich, angefangen, ne? Genau, bin ich hier hingegangen. In dem hinteren noch, da war ich auch kurz drin. Da ging's nicht weiter. Dann war ich da. Dann war ich eben da. Mit Vamp. Und jetzt bin ich hier. Alles klar. Und hier ist ja auch schon Strut C, ne? Ist doch gut. Dann bin ich ja schon ganz in der Nähe. Strut C, Dining Hall. Oh man. Okay, erstmal aufs Männerklo gehen. So viel Zeit muss sein. Aber ich hab mir wieder keine... Karte. Heißt, ich muss die echt erstmal... Dön löden. Deswegen kann ich auch da die Einstellungen immer ändern. Weil das Radar da erst freigeschaltet wird. Ah. Jetzt gibt alles Sinn. Ach du Kacke. Alles klar. Äh. Äh. Interessant. Auf hier. Kann ich das benutzen? Ne. Interessant auf jeden Fall. Mein Gott, ich kann spülen. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Wurde eigentlich da drin. Das Klo... Wand. Das Klo benutzen. Gut. Hat sich das auch erledigt. Dumm da nu macht. Bäh 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 bä bäh bäh. Immer wieder schön. Ich hab überall Angst, ne? Ich habe ja echt kein Radar. Das ist ein bisschen blöd natürlich. Boah sogar Spiegelung hat das Spiel schon. Natürlich die Frage ob das hier bei dem anderen auch schon war. Oh. Oh, was ist das denn? Pentazemien. Äh, man, ich will hier überhaupt mal gar nicht rein. Ich habe irgendwas piepen gehört. Das heißt, hier ist vielleicht irgendwo eine Bombe oder so. So ein C4-Kackteil drin. Ich meine, ich habe in den anderen Streben schon ein C4-Teil gesehen, ne? Das muss ich wahrscheinlich entschärfen. Das wäre jedenfalls das naheliegendste. Warte mal. Stereo-Sound können die sich scheinbar nicht leisten. Sonst wollte ich gerade mal auf meine Ohren vertrauen, weil ja nicht funktioniert. Achso, hier war ein Männerklo gerade, ne? Gerade mal gucken. Ja. Äh. Okay, dann war ich ganz rechts. Das heißt, jetzt gehe ich mal in die goldene Mitte. Äh, äh. Komm zu Level 1 gerade. Oh, oh. Oh, oh. Freeze! Don't shoot. Du bist ein Kampfer? Ich bin nicht NYPD. Ich kam mit dem Bravo-Team. Wer bist du mit? Und was passiert mit Team 10? Sie sind alle tot. Alle? Das ist schlecht. Ich habe dich gesagt, du kannst du gehen? Es ist all right. Er ist nicht ein von den Schmerzen. Ich habe dich gesagt, du kannst. Ich habe dich gesagt, du kannst. Was ist dein Name? Mein Name ist Peter. Peter Stillman. Ich bin ein Lehrer an Navscolio, Indian Head. Ich bin auch ein Konsultant für den NYPD-Bomb-Squad. Ein schlechtes altes Mann, der bei diesem Picnic wurde. Ich dachte, du warst. Ich habe dich gesagt, du kannst dich nicht mehr mit allen. Ich habe dich gesagt, du kannst dich nicht mehr mit allen. Eine kultische Kirche wurde von der Welt ausgesucht, dankbar mir. Mit vielen Leben in der Mitte. All ich habe das Kampfer verletzt war. Also bist du der Bomb Dispositivist? ARD Text im Auftrag von Funk Und das ist warum du hier bist. Ich bin ziemlich lustig. Ich sollte die Bombe-Disposal überprüfen. Es sieht aus wie es war, bevor ich meine turn hatte. Ich würde das nicht sagen. Es gibt mindestens zwei Leute hier, die können sich als Experte an der Bombe-Disposal sein. Du bist mit Team 10 mit Team? Ich habe dich nicht gesehen, bei der Mission Briefing. Oh, wir sind mit einem anderen Team. Mein Name ist Plissken, Lieutenant Junior Grade. Ich bin sehr froh, dass Sie, Herr. Herr Plissken, Sie haben irgendwelche Erfahrung mit der Bombe-Disposal? Keine Worte über mich. Und er sieht jung, aber er kann es tun. Aber wir brauchen mehr Manpower. Ich bin, uh... Was ist dein Name? Raiden. Das ist ein falsches Name. Any anderen Survivor? Es war auch ein Engineer mit mir. Ein Engineer? Ein Skinny-Guy. Er kam in mit uns. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen seit dem Skirmish. Was er getötet? Ich glaube nicht. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn gesehen. Ich verstehe. Sie sagten mir, er war ein Sicherheitssystems Architekt für die Big Shell. Warum würden sie mit einem Sivillian anziehen? Alles in dieser Struktur ist computer-controlled. Er sollte uns überprüfen, alle die Sicherheitsmechancen. Ich habe nie gehört, dass das alles. Er hat eine Offizierung mit ihm. Hm. Wir lassen uns das später. Jetzt müssen wir herausfinden, wie wir mit den Bombs beschäftigen. Aber es gibt niemand von der Seale's E.O.D. Squad. Ja. Also müssen wir es selbst machen. Aber ich habe noch nie eine Bombe defusen. Hold auf einen Moment. Auf zu conferieren mit der Seale wieder. Ich bin froh, dass Stillman sicher ist. Ich helfe ihn in jedem möglichen Weise, um den C-4 zu entfernen. Colonel, du kennst dich nicht in Bombs beschäftigt? Alles klar. Der Mann, du bist mit der Beste ist, ist der Beste im Feld. Alles, was du musst, ist folgen. Du wirst, natürlich, behalte deine Identität und Mission-Objektiv zu dir. Ich bin froh, dass ein Ingenieur in den Stillman gekommen ist. Ich bin nicht informiert. Es ist wahrscheinlich etwas, was die Seale entschieden haben. Hm. Es gibt mehr wichtige Probleme in Hand-Written. Der Mann kann sich für das Failed Assault verabschieden. Get die C-4s neutralisiert, jetzt. Colonel, ich bin nicht qualifiziert für Bombs beschäftigt. Jack, das ist mir. Rose? Du kannst das tun. Du hast keine Bombs beschäftigt, in VR. Aber du bist mehr als möglich in Handeln von C-4. Das ist ein bisschen anders als mit C-4. Du bist für das. Du wirst das. Du wirst das. Wie geht's das? Wie geht's das, Kind? Sind die Ergebnisse in noch nicht? Das ist ein C-4. Wie geht's das? Das ist ein C-4. Wie geht's das? Das ist eine C-4. Das ist eine C-4. Es ist live. Du kannst es pulsieren. Du Spray das auf den Sucker und... Da geht's. Simple, huh? Der Spray freieses die Detonator sofort. Wie lange dauert das Effekt? Keine Art kann das Detonate in dieser Situation sein. Selbst wenn du es alleine lässt, wird es aus der Kommission für mindestens 24 Stunden bleiben. Das ist genug Zeit. Wenn wir die Mann-Paufe haben, würde ich eine Complete-Disposal empfehlen. Aber das muss es tun. Der Spray kann von ein paar Yards entfernt werden. Das ist nicht einfach. Wir wissen nicht, dass wir etwas von Fatman nicht wissen. Es gibt nichts, was uns die Bombs zu lösen? Ist es etwas, was uns die Bombs zu lösen? Hier, das mit dir. Es ist, was sie nennen, ein Ion Mobility Spectrometer. Es kann erinnern den Ion-Ion-Gas emittet von C-4s. Das was? In anderen Worten, der kleine Gaget schmerzt aus C-4s scent. Das ist richtig. Ich habe festgestellt, eine Verbindung mit deinem Radar-Netzwerk mit deinem Radar-Netzwerk, damit alle Scent-Detekted werden wird visuell sein. Deine den Sensor aktivieren und behalten deine Augen auf dem Radar. Was ist, wenn er eine andere Odor-Less-Substanz? Ich weiß Fatman gut. Ich weiß, wie in seiner eigenen Aesthetik ist. Signatures? Ja. Auf jeder Bombs zu bauen, hat er immer ein Tränen von der Köln benutzt. Der Sensor hat er auch das bestimmte Scent-Spectrum. Ist das etwas er gelernt von dir? Nein. Es war seine eigene Korkung. Er würde nicht funktionieren, außer seine eigenen. Er hat sie wie eine Religion. und der Common-Sense war nicht ein von seiner Meinung. Ich dachte, ich habe ihn alles ich wusste. Ich habe keine Kinder von meinem eigenen. Und ich dachte, ich habe ein Son in ihm. Er hat die richtige Sachen, du. Da ist etwas sehr unerhöhnt über ein Abilie wie das. Even an Indian Head er hat er die spezielle Ich glaube, dass einige ihn einen der Fat-Cats. Vielleicht ist das das alles. Ich habe nicht den wichtigsten was ich zu erzählen. Es gibt einige Dinge, die man muss passen. Der Trick ist zu wissen, welchen. Genau. Alles, was ich ihm, war skills. Und jetzt, ich muss ihn von benutzen, um uns zu zerstören. Mal schauen, wie gut das Sensor funktioniert. Okay. Ich aktiviere ihn. Schau. Sie sehen, die grüne auf dem Radar? Das ist eine von C-4s entdeckt. Das ist eine sehr große Umgebung. Es ist besser als nichts. Einfach aktiviere die Sensoren und schaue die Umgebung. Okay? All right. er will die 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 hat wo er würde. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big Shell consists of two hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. Hmm. Six on Shell 1. Another six on Shell 2. A total of twelve bombs at least. Considering the Shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion. And it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of Shell 2. Take this. What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Righten, your card key can open doors with security clearance level 1. Plissken, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. You were supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No. I'm going. The two of us can handle it. Don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And who dares, wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be alright. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by Kodak from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Sprengmeister Meine Güte, ich hab eben so ungefähr... Oh, Sprengmeister. Ich hab eben so... So einen halben... Hustenanfall gekriegt. Nee, aber ich hab mich grad irgendwie so halb verschluckt und musste eigentlich voll husten. Aber in der Cutscene musste ich mich voll unterdrücken und saß hier so... War ein bisschen eklig. Okay, mein Gott. Cutscenes. Die dauern so unendlich lange, ne? Das ist der Wahnsinn. So. Coolend. Aha. Ein Kühler. Hammergeil. Ähm... Okay. Na gut, ich werd die hier erstmal noch nicht benutzen, ne? Und natürlich... Der Sensor. Okay, dann geht's im nächsten Part weiter. Ja, dann werden wir richtig schön hier eine... Professionelle Bombenentscherbung machen, würd ich sagen. Ja. Und, ähm... Ja. Ich bedanke mich, dass ihr recht herzlich vorzusehen. Ich hab's gefallen und dann in der nächsten Folge... Ja. Machen wir halt weiter, ne? Und wir haben jetzt endlich Level 1 Karte. Oh mein Gott. Ja. Schön. Bis denn. Tschüss.